Hallo, ich bin Bernd von Wasserspatz.de und ich begrüße dich zum nächsten Film der Staffel Sehnsucht 2021. Heute bin ich mit Roland und Jochen mal wieder im Streitköpfle unterwegs. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Roland stellt seinen Kompass ein. Wir wollen wieder zum gegenüberliegenden Ufer tauchen. Um kurz vor elf tauchen wir gemeinsam ab. Gesicht ist nicht wirklich gut. Nach vier Minuten zieht dieser Schuppenkarpfen an uns vorbei. Dann erreichen wir diese Figurengruppe. Die Figuren sind bereits stellenweise mit Muscheln bewachsen. Sch personas helfen als Schuppenkarpfen, wenn ... ... die Heroiniscobe Украї Daharg Untertitelung des ZDF, 2020 Hier versuche ich mal wieder eine Makro-Einstellung. Durch das Licht von beiden Seiten kommen die Konturen dieser Wasserpflanze besonders gut zur Geltung. Und noch ein Makro-Versuch. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier mal ein kleiner Schwarm fieschen. Und wieder ein Karpfen. Untertitelung des ZDF, 2020 Nach über 40 Minuten tauche ich in eine kleine Einbuchtung. Und plötzlich unter mir ein Hecht. Ich versuche, mich ihm langsam anzunähern. Um welches Phänomen es sich hier handelt. Kann ich leider nichts sagen. Ich versuche, mich langsam anzunähern. Die Zukunft, die Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn dir der Film gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ebenso freue ich mich über jeden Kommentar. Wenn du uns bei unseren weiteren Tauchgängen begleiten willst, dann solltest du den Kanal abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.